Bad Saugau darf ab dem 1. Februar auf seinem Ortsschild den Zusatz staatlich anerkanntes Heilbad führen. Dieses Recht hat Innenminister Thomas Strobl an Bad Saugau und 37 weitere Gemeinden des Landes in einer kleinen Feierstunde verliehen. Der Verband hatte vorgeschlagen, dass Gemeinden über ihre Prädikate wie staatlich anerkanntes Heilbad oder Ort mit Heilquelle Kurbetrieb schon auf den Ortsschildern informieren dürfen, um Gäste und Bevölkerung über die Qualität des Kurorts besser zu informieren. Nach Ansicht von Fachleuten spielt die Art des Prädikats auch touristisch eine wichtige Rolle.